Gibt's hier auch noch was? Hier ist Inventar. Okay, das ist Missions-Dings, damit ich weiß, oder... Ja, damit ich weiß, was... Was? Okay. Wir müssen irgendwo einen Code kriegen. Ähm... Ah, da oben steht er dran. 3, 7, 4, 8... 3, 7, 4, 8... 3, 7, 4, 8... 3... 3... 3... 3, 7, 4, 8... Wir müssen uns diese Wohnung aus. Versuchen wir sie in der Wohnungstür. Sie sollte eigentlich... Ich sollte sie eigentlich ergucken können. Jetzt hatten wir ja eben schon. Ich hab dich mal nach unten gedrückt. Oh, bitte doch. Oh, schau da immer diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist jetzt... Ich weiß, dass wir wieder nach oben müssen. Okay. Wie... Wie der den Pfoten drüber hängt. Alter, drei, dass ich FPS verwundet habe. Na gut, der lädt zack. Na ja, ne. Wie... Das ist aber noch kurz... Ja, man doch mal merkt's. Aber das ist dann sehr schnell doch wieder weg. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Als ich anders wäre ich schon einmal dort gewesen. Das ist der Ort, wo du herkommst. Ich habe... Ich habe... Ich habe ihm versprochen, dass ich dort hingehen würde. Nur will. Das Postkarte, das Mauerbild, wurde nicht hier gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Na, den Gegenstand gefunden. Postkarte. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Erinnerung wiedergefunden. Oh, okay. Es gibt... Ja, okay, doch. Es war klar, dass es dann mehr Gegenstände gibt, wenn es hier sowas gibt. Prüferdaten. Abgeschlossen. Okay, das ist einfach nur noch. Die Außenwelt. Werden wir den Himmel wiedersehen? Das verspreche ich. Okay, der sagt sogar noch immer was dazu. Und, Hossa. Hossa. Runden lang. Ich nehme die Treppe. Übersetzen. Oh, lol, der kann... Sicherheitszone. Oh, lol, der kann mir sogar die Schilder übersetzen. Aber nicht alles. Ja, gut. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Ehhhhh. 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 okay wusste nicht wo lang okay der tod ist nicht ganz so schlimm dargestellt die sicherheitszone ja ja ich sehe schon was das für eine sicherheitszone ist kann es nicht oder vielleicht abwehren da sind bei um Die Slums Ah, das ist ein Falsch mit dir. Mag dir keine Kratzen oder wie? Waschgeige! Da ist noch viel da, da in der Katze. Guck mal, ich mach dich fertig. Dann legst du dich nicht über der Katze an. Komm her! Komm her, ich tu dir nichts. Sie sprechen. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zuck. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Ich bin der Katze, Alter! Zeit 99. Irgendwann ist das ein bisschen. Rechter Sprecher. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Ein Bild von der Außenwelt. Lägerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Mom. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat etwas aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist doch besser so. Er wohnt hoch oben im Gebäude. In dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Das Vieh geht da rein. Da. Da, hier vorne. Hier hinten. Triff. Du hast uns so einen Schritt gegeben. Wir dachten, du wärst ein Zug. Wir dachten, du wärst ein Zug. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich hab noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Aber ich werde morgen 374 Jahre alt. Wie heißt der, Ronin? Warum da hochgehen? Das ist... Da ist doch nichts. Ich bin eine Katze. Das ist mega übersetzt. So. Unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Das heißt, dass sie einst die Welt beherrschen. Okay. Und ... Ich gröne mich an die Pflanzen, die Menschen, das haben sie enorm verdient. Was haben sie noch? Ich weiß es, das brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe dir nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Ich bin Musiker. Ich bin Musiker. Ich bin Musiker. wenn wir mal Okay, sieht nicht so aus wie Neugier ist der Katze tot Wie einfach die steuerung komplett am Arsch ist, wenn du die tüte aufziehst Ich warte mal was steht da Da steht Da steht Da steht folgt den Zahlen geschrieben Aber es sieht so aus wie eine binäre Sprache Eine Abfolge von Nullen und Eins Wir müssen diesen Code auch irgendeiner Weise entschüsseln können Wahrscheinlich hatte er was mit diesem Safe zu tun Das ist eine Anreihe von Nullen und Einsen Es gibt keine Null Kann man das Oh, da suchen wir fast Erinnerungsdaten in der Nähe Ich glaube Ich glaube Ich glaube Das klingt da glaube ich nicht aus Aber wir sind natürlich noch ein paar Erinnerungsdinge in der Nähe Ich glaube ich würde gucken, dass ich die mitgenommen kriege LOL Ich habe einen Händen und Schieken auf Ich habe einen Händen und Schieken auf Wahrscheinlich die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. Anfängen unter ihrer einfache KI die menschliche Kunst lehende Ohrens haben sie ihre ganz eigenen Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, um es wirklich tätig zu werden. Diesen Zeitverlust war zweifelte Zeit. Aber es ist ja noch mehr. Nachgescheiden. Wo müssen wir da denn gucken? Ja, bestimmt schon welche überlegen. Oh, das ist nicht. Das hat wohl ein bisschen, ohne sie zu zweifelte Zeit. Pink. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.